Peter Klein ist mit Dschungelauftritt unzufrieden Ist Peter Klein mit Lukas Cordalis, 55, Leistung unzufrieden? Der Sohn von Costa Cordalis, römisches Kreuz, 75, möchte das Erbe seines Vaters antreten und zum diesjährigen Dschungelkönig gekrönt werden. Doch der Mann von Daniela Katzenberger, 36, hält sich bisher eher bedeckt und scheint im Gegensatz zu den anderen Bewohnern nicht besonders aufzufallen, ganz zum Leidwesen seines Schwiegervaters. Dieser findet nämlich, dass Lukas mehr Präsenz im Camp zeigen muss. In seiner Instagram-Story zeigte sich Peter jetzt besorgt, leider wie befürchtet hat man von Lukas sehr, sehr wenig gesehen. Er wünschte sich, dass der 55-Jährige in den nächsten Folgen präsenter sein wird und erklärte, hier muss man auch bisschen mehr zeigen. Hier muss man zeigen, dass man anwesend ist. Man muss sich auch involvieren in die Gespräche und da nimmt er sich ein bisschen arg zurück. Anführungszeichen. Dieser Meinung war auch Oliver Pocher, 44, der im RTL-Interview gegen den Musiker schoss, der ist ja jetzt nicht so der entehrter Nächste. Lukas Cordalis ist genauso präsent wie letztes Jahr im Dschungelkamp. Der Comedian zeigte sich nicht sonderlich hoffnungsvoll, vielleicht kommt nochmal eine kleine Geschichte. Aber ich glaube, das ist nicht einer, der um den Titel mitkämpft. Anführungszeichen. Alle Infos zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf RTL Plus.